Der Clearview Plus Speech ist ein cleveres und einzigartiges Modul für jedes bestehende Clearview Plus Bildschirmlesegerät. Es ermöglicht Ihnen, Dokumente anzusehen, diese zu vergrößern und sie sich anzuhören. Der Clearview Plus Speech ermöglicht es Ihnen, Zeitungen, Briefe und Zeitschriften zu lesen oder sich dank der Funktion Antippen und Vorlesen des integrierten Touchscreens vortragen zu lassen. Befestigen Sie das Modul an einem Clearview Plus Bildschirmlesegerät. Schalten Sie Ihren Clearview Plus ein. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Sprachfunktion zu aktivieren. Legen Sie ein Dokument auf den Lesetisch und tippen Sie erneut auf den Bildschirm. Der Clearview Plus Speech beginnt automatisch deutlich vorzulesen und dabei jeden Absatz zu markieren. Wählen Sie einen Absatz auf dem Bildschirm und der Clearview Plus Speech wird diesen laut vorlesen. Die Symbolleiste ermöglicht Ihnen, die Vorlesefunktion zu unterbrechen, die Lautstärke einzustellen und die Geschwindigkeit zu regulieren. Drücken Sie das X, um die Sprachfunktion abzuschalten und zum Vergrößerungsmodus des Clearview Plus zurückzukehren. Über den Touchscreen können Sie Ihr Dokument vergrößern oder verkleinern. Das Berühren des Lupensymbols bringt Sie zurück zur Gesamtseitenansicht Ihres Dokuments. Wollen Sie sich ein anderes Dokument anhören? Drücken Sie einfach Länger auf X und halten Sie es gedrückt. Legen Sie ein neues Dokument auf den Lesetisch und tippen Sie erneut auf den Bildschirm. Genießen Sie die neue Funktion Antippen und Vorlesen in Ihrem Dokument. Alles, was Sie tun müssen, ist Ihren Finger über den Bildschirm gleiten zu lassen. Das Menü ermöglicht Ihnen, Dokumente zu speichern, Dokumente und Fotos zu öffnen, Dokumente zu entfernen, eine andere Stimme auszuwählen, die Farbe des Textes einzustellen und die allgemeinen Einstellungen zu ändern. Sie können Dokumente mittels einer SD-Karte oder einem USB-Stick speichern und öffnen. Neben der Möglichkeit, Dokumente anzuschauen, erlaubt Ihnen der Optelec Clearview Plus Speech, Fotos leicht zu öffnen. Beim Benutzen des Clearview Plus Speech wählen Sie die gewünschte Sprache und Stimme aus dem Menü. Über das Untermenü Darstellungsoptionen können Sie die Einstellungen für Kontrast, Textfarbe und die Funktion zum Weiterlesen ändern. Über das Menü Einstellungen können Sie zusätzliche Vorlesestimmen aktivieren oder deaktivieren. Insgesamt können Sie zwischen mehr als 50 Stimmen in 30 verschiedenen Sprachen wählen. Sie können auch die Vorschau-Funktion ausschalten oder die Werkseinstellung wiederherstellen. Der Clearview Plus Speech macht das Lesen zum Vergnügen. Wollen Sie mehr erfahren? Besuchen Sie unsere Internetseite www.optelec.de www.optelec.de Optelec – Neue Freude am Leben